Gleich zwei Videos an einem Tag, man, das ist ja Wahnsinn zu zeigen. Naja, ich hab's in dem letzten Video eigentlich nur vergessen zu sagen. Ich wünsche euch natürlich noch einen schönen Rutsch, einen guten Rutsch, kein schönen Rutsch, einen guten Rutsch ins neue Jahr 2017. Ich hoffe natürlich, dass wir natürlich mehr Content produzieren können, der euch gut unterhält und dass ihr viel Spaß dabei habt und ich wünsche euch natürlich noch viel Glück auch im neuen Jahr. Es ist ja, und haben wieder blöde Sachen passiert, sagen wir mal, die Anschläge, whatever. Ich hoffe, die Kacke erledigt sich in 2017 und ich wünsche euch natürlich noch viel Glück in 2017, so dass ihr viel Erfolg habt mit was auch immer ihr macht, wenn's auf dem Klo ist, wenn's in der Schule ist, wie auch immer, holt euch einfach eine Zeitung mit, dadurch wird's viel angenehmer. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal, guten Rutsch!